Du, ein bayerisches Kebab, hast du das schon mal probiert? Hätt es wertvoll beim Moosbräu in 86447 Eindling serviert. Tradition und Moderne mischen der Wirt und sein Weih. Und wenn Beispiel noch auf dem Wirtshaus freilich immer der Sky. Ein Musikanten kannst haben, beim Moosbräu kommen sie zusammen. Ja, Leute, ihr seht's, ohne Moos ist in Eindling nix los.